Das Kind Margarete wuchs heran auf den Schlössern Zenoberg, Gries und Tirol, lernte gern und viel, fragte den klugen, rätseligen, betulichen Abt Johannes von Wigtrink bei allem, was sie sah und hörte, warum und wieso. Trieb mit den Äbtissinnen der Klöster Stams und Sonnenberg Theologie, der Prunk, die feierliche Ordnung der Liturgie, zwang ihr Bewunderung ab. Sie sprach und schrieb fließend Latein und Weltsch, interessierte sich brennend für politische und nationalökonomische Dinge, hörte aufmerksam den historischen Vorträgen des gelehrten Abtes zu und während die anderen seine begrifflichen politischen Theorien gelangweilt belächelten, konnte sie nicht genug davon kriegen. Gründlich unterrichtete sie sich bei den vielen fremden Gästen ihres Vaters über die Verhältnisse der anderen Höfe und Länder, verächtlich schnupperte sie, als sie hörte, Ludwig von Wittelsbach, der Bayer, erwählter römischer Kaiser, der vierte seines Namens, spreche nicht Latein. Sie streifte durch das Land, zu Wagen in der Pferdesänfte, die Passer hinauf, hinab, durch die Rebenterrassen, Obstgärten, ging mit wachen, klugen Augen, durch die farbigen Städte Meran, Bozen, beschaute die Bürger, ihre steinernen Häuser, Rathaus, Markt, Mauern, Pranger, Stock, Herbergen, Badehäuser, die Leichen der Gerichteten vor den Toren, hielt rasche, herrische Einkehr in den Höfen der Bauern, den Wachhütten der Winzer. Der gutmütige König Heinrich kümmerte sich wenig um sie, er ließ sie treiben, was sie wollte, erkundigte sich zuweilen zärtlich, ob sie denn mit ihren Kleidern ausreiche, ob sie nicht mehr Schmuck, Pferde, Dienerschaft brauche, fragte allenfalls, was sie von dem neuen flandrischen Koch halte, oder wie der genuesische Mantel stehe, den er sich eben habe machen lassen. Er ging ganz auf in Kleidersorgen, Stiftungen für Klöster, Festlichkeiten, Gastereien, Turnieren, Frauen. Wenn sie sich mit seinem klugen Sekretär unterhielt, dem Abt von Wigtrink, dann schaute er wohl gerührt auf sie, sagte zu Beatrix, seiner Frau, und zu seinen Gästen, »Mein gutes Kind, wie gescheit sie ist!« Von den Klosterfrauen lernte sie singen. Es war erstaunlich, wenn unter der platten, breiten Nase aus dem effisch sich vorwulstenden Mund die Stimme herausdrank, schön, warm und erfüllt. Während sie sonst mit ihren Kenntnissen nicht zurückhielt und ohne Scheu redete, sang sie fast nie vor Fremden. Des Abends unter Obstbäumen allein sang sie ihre Lieder, kunstvolle aus Italien, aus der Provence, oder auch einfache Deutsche, wie sie sie rings vom Volk hörte. Manchmal, selbst wenn sie allein war, brach sie mittendrin ab. Die Zwerge konnten sie hören, die Zwerge wohnten in allen Berghöhlen, sie aßen und tranken, spielten und tanzten mit den Menschen, aber unsichtbar. Nur der regierende Fürst kann sie sehen, der zu Recht das Land beherrscht, in dem sie gerade verweilen. Ihr Vater hat die Zwerge gesehen, auch der Bischof von Brixen hat sie gesehen, in dessen Gebiet sie zuweilen kamen. Jakob von Schenner hat ihr Genaues von den Zwergen erzählt. Sie schrieben Briefe, bildeten unter sich einen Staat, hatten Gesetze und einen Fürsten, bekannten den katholischen Glauben, kamen heimlich in die Wohnungen der Menschen und waren ihnen hold. Sie führten Edelsteine mit sich, mit denen sie sich unsichtbar machen konnten. Sie fragte Herrn von Schenner, warum sie sich unsichtbar machten. Herr von Schenner wich aus. Durch Zufall von einer Magd erfuhr sie den Grund, weil sie sich ihrer Hässlichkeit schämten, die Zwerge. Sie ward noch fahler als sonst, und sie schluckte. Mit peinlichster Sorge pflegte sie ihren Körper. Sie nahm täglich einen Dampfbad, wusch sich mit Kleinwasser und französischer Seife. Sie wickelte das Zahnpulver in frisch geschorene Wolle, ehe sie ihre großen, schräg vorstehenden Zähne reinigte. Sie pflegte ihre Haut mit Weinsteinöl, gebrauchte rote Schminke aus Brasilholz, weiße, ausgepulverten Zyklamenknollen. Des Nachts legte sie eine Wachsmaske auf, ihren unreinen Teint zu bessern. Sorglich, mit Opfern, gehorchte sie jeder neuen Modevorschrift. Musste sie dann sehen, wie gleichwohl jeder drallen, ungewaschenen Bäuerin mehr wohlgefällige Männerblicke folgten als ihr. Dann wandte sie mit einem Ruck ihre Gedanken von diesen Dingen ab, stürzte sich mit hitziger Energie in Studium und Politik, wog zum hundertsten Mal Macht, Möglichkeiten, Einflusskreise der Habsburger, Wittelsbacher und Luxemburger gegeneinander ab. Habsburg, Luxemburg, Wittelsbach. Das waren keine kahlen politische Begriffe für sie. Die Menschen, die diese Namen trugen, ihre Farben, ihre Länder, die Tiere ihrer Wappen, ihre Berge, Flüsse, Kirchen, mischten sich ihr zu geheimnisvollen Einheiten. Albrecht von Habsburg etwa war verteufelt klug, energisch, bitter, aber er lahmte. Mit ihm lahmten seine Länder, die Donau, die Stadt Wien, die Pranke seines Wappenlöwen. König Johann, der Luxemburger, das war nicht nur ein weltläufiger, galanter Herr. Seine Füße waren Toskana und die Lombardei, Rhein und Elbe seine Adern. Das helle Luxemburg war sein Herz. Und Bayern konnte sie sich nicht vorstellen, ohne die lange, bedächtige Nase Kaiser Ludwigs und ohne seine riesigen, sonderbar toten blauen Augen. Wenn die drei Fürsten sich belauerten, sich umschlichen, sich vertrugen, sich bekriegten, bekriegte und verhöhnte sich die Welt in ihnen, und in den Wolken führten die Tiere ihrer Banner einen mystisch gewaltigen Kampf. Ihren Gemahl, den Prinzen Johann, sah sie nicht sehr oft. Trotz seiner Länge und Aufgeschlossenheit wirkte er hinter seinen Jahren zurückgeblieben. Sein mageres Gesicht, an sich nicht unschön, schien immer roher, stumpfer und durch die kleinen versteckten Augen bösartiger. Er hasste die Bücher, lernte nur notdürftig schreiben. Gern trieb er körperliche Übungen, schlug sich mit den Jungen herum, mit denen der Bedienten lieber als mit den adeligen Kameraden, jagte und ritt. Bestätigte sich als Vogelsteller, trieb nicht ohne Geschick Falkenbeize, fing wild in Schlingen, quälte Tiere, spielte den Bauern üble Streiche. Ein Bauernbursch, der ihn nicht kannte, verprügelte ihn, wurde gefangen, in den Stock gesetzt und gepeitscht. Der Prinz schaute gierig zu und hetzte die Büttel noch. Margarete lachte er aus wegen ihrer blöden, pfeffischen Gelehrsamkeit, riss ihr gelegentlich ihre Schriften weg, zerraufte ihre Frisur. Sie ertrug es. Es war notwendig, dass ihr Mann ein Luxemburger war. Seine Rohheit musste hingenommen werden, aber schweigend stapelte sie Wut und Verachtung. Auch Chrétien de la Fert, des Prinzen Adjudant und Kämmerling, verwünschte seinen jungen Herren in die tiefste Hölle. Margarete sah den schlanken jungen Menschen sehr selten, beachtete ihn wenig. Der betuliche, skeptische, rätselige Abt von Wigtrink, der alle Dinge bereden musste, neckte sie gelegentlich wegen des Jungen. Sie schlug gegen ihre Gewohnheit heftig zurück. Am liebsten war sie mit Jakob von Schenner zusammen. Der junge, hagere, schlecht sich haltende Herr mit dem feinen, alten Gesicht freute sich immer, wenn er sie sah. Sie war nun 14, eher an die 30. Aber es ging eine willkommene Bindung von ihm zu ihr. Was er sprach und tat, klang, als wäre es in ihr gewachsen. Sie fühlte sich wohl in seiner Welt. Zwischen ihr und den anderen Menschen war Kälte. Sie lachten sie aus, sahen sie mit Widerwillen an, bestenfalls mit Mitleid. Weil sie hässlich war. Weil sie Prinzessin war, zeigten sie das nicht im Licht. Aber sie sah weit ins Dunkle hinein. Oh, sie hatte scharfe Augen. Sie wusste, wie man mit ihr stand. Doch von Schenner zu ihr ging es warm und freundlicher rüber. Seine großen, weichen Hände, seine grauen, gescheiten, wohlwollenden Augen waren voll Achtung für sie, voll Herzlichkeit und Kameradschaft. Jakob von Schenner war reicher und mächtiger als seine Brüder Estlein und Petermann. Er hatte sieben feste Schlösser, neun Gerichte und Pflegen, weiten Besitz an Weingütern, gerechtsamen Zöllen und Geld. Er pflegte von diesem Besitz wegwerfend und mit einer gewissen Ironie zu sprechen. Aber er hing daran, streichelte liebkosend das Laub seiner Reben, den besonnen Stein seiner Schlösser. Dies waren seine Reben und seine Burgen. Zwar waren Besitz und Geltung an sich verächtlich, aber leider machten einem die Menschen das Leben zu unbequem, hatte man die beiden nicht. Oft sprach er dem Kind davon, wie übel der tirolische und kärntnerische Adel den guten König Heinrich ausbeute. Leider musste er mittun, sonst hätte eben seinen Teil ein anderer, weniger würdiger an sich gerafft. So beutete denn auch er aus, skeptisch, mit gelassenem Bedauern und voll von Mitleid mit der gerupften Majestät. Seine Schlösser waren die schönsten und gepflegtesten des Landes in den Bergen. Die Schlösser der anderen waren nur auf Sicherheit und Festigkeit gebaut. Innen waren sie ungemütlich, ihre Gelasse klein, feucht, dunkel, ohne Luft, kellerig. Überall stand der Stank der Stelle. Seine Burgen, vor allem seine Lieblingssätze Schenner und Runkelstein, waren hell und voll Sonne. Italienische Architekten hatten sie gebaut. Sie waren angefüllt mit schönen Dingen, Teppichen und Zierrad. Während die Mauern der anderen notdürftig geweißt waren und höchstens die Wände der Kapelle heiligen Bilder trugen, hatte er seine Säle von deutschen und italienischen Meistern mit Fresken ausmalen lassen. Ja, selbst die äußere Südwand seiner Lieblingsschlösser trug solche Malerei. Bunt und hell schritt der Ritter mit dem Löwen, Tristan fuhr auf seinem Schiff, Garel vom blühenden Tal erlebte seine Abenteuer. Herr von Schenner liebte sehr die Verse, die diese Geschichten erzählten. Margarete wusste nichts damit anzufangen. Sie begriff die lateinischen Verse, die der rätselige Abt von Victring so gern zitierte, verstand Horats, die Enees. Das war Sinn, Gesetz, Würde, strenge Bindung. Aber diese deutschen Verse schienen ihr Tollheit nicht besser als die wüsten Einfälle ihrer Hofnarren und Hofzwerge. War es eines ernsthaften Menschen würdig, Dinge, die niemals waren und nie sein werden, in verrenkten Worten zu erzählen? Herr von Schenner sucht ihr begreiflich zu machen, dass diese Menschen, die Tristan und Parsifal und Krim hielt, lebten und wirklich waren, so oft einer sie las und spürte. Aber dies wollte sie nicht wahrhaben. Seine Geschichten blieben für sie bunte, widerwärtige Lügen. Sie begriff nicht, dass der gescheite, ernsthafte Mann an solchen Windbeuteleien Freude haben konnte. Sie begriffen, ... Vielen Dank.